Die Weihnachtsfeier gestern war ein absoluter Albtraum. Aber die Dinge, die du gesagt hast, waren real. Geheimbünde, gestaltwandelnde Reptiloide, die kontrollieren die ganze Welt. Du hast deinem Chef alles darüber erzählt. Echsenmenschen, die große Unternehmen führen. Und dein Chef? Führt er nicht auch ein großes Unternehmen? Aber das hast du nicht ernst gemeint, oder? Du wolltest nur witzig sein. Und dieses dringende Meeting morgen, da geht es bestimmt nur um deinen Urlaub. Untertitelung des ZDF für funk, 2017